Leute, wie ihr wisst, liebe ich Müsli und deswegen gibt es jetzt ein Tutorial zu dem legendären Banane-Haferflocken-Müsli. Viel Spaß! Wir brauchen eine Banane, Haferflocken, Traumzucker und natürlich eine fette Schüssel. Wenn wir uns ein Müsli machen, dann ein fettes. Cause Mama Ways No Bitch. Like, look at these pussy-ass balls. Wie sollen wir denn hier ein fettes Müsli reinmachen? Eine Banane for scale. Wenn wir jetzt die Materialien assembled haben, kommen wir zu Step 2. Zuerst müssen wir die Banane bearbeiten und um sie aufzumachen, gibt es einen richtig coolen Lifehack. Wow! Um die Banane zu schneiden, können wir den Löffel verwenden. Und das war's auch schon. We hope you enjoy your fettes Müsli.